Schauen Sie, wie schnell der Salou ist! Salou und Tor! Das gibt's nicht! Es ist Bashirou Salou, der Johannes B. Kerner hier im ZDF so zum Staunen bringt. Im DFB-Pokalfinale 1998 bringt der bullige Stürmer den MSV Duisburg in der 20. Minute mit 1 zu 0 gegen den FC Bayern München in Führung. Ein unscheinbares, aber dabei eigentlich so unfassbares Tor. Im Antritt, auf 10 Meter. Also, wir gucken mal auf die Zeitlupe. Da wird das noch schnell genug wirken. Auf 10 Meter hat er dem Lothar Matthäus bestimmt 3 abgenommen. Der Ball wird in den Lauf von Salou gespielt. Lothar Matthäus hat eigentlich einen Vorsprung, doch Salou ist so schnell, dass er den Weltfußballer des Jahres 1991 einfach so stehen lässt. Und sein Schuss ist dann so hart, dass Oliver Kahn so umfällt, als hätte ihn der Wind des Schusses zu Boden gebracht. Die Duisburger Fans feiern Salou. 1 zu 0, 20. Minute, Bashirou Salou! Aber für Bashirou Salou und den MSV Duisburg sollte das Finale in Berlin kein schönes Ende nehmen. Und das hier ist die Geschichte davon. Wir sind aufgestiegen, weil die anderen im Endeffekt zu doof waren. Obwohl wir heute gespielt haben wie die Bratwürste, waren die anderen immer noch zu doof, um zu gewinnen. Und im Vorfeld haben wir die Punkte gesammelt und sind vielleicht doch noch verdient aufgestiegen. Das hier war gerade Joachim Hopp, eine dieser Bratwürste des MSV Duisburg und ganz nebenbei noch eine ziemliche Duisburger Legende. Von den letzten drei Saisonspielen hatte der MSV Duisburg damals zwei verloren, aber egal. Denn die Konkurrenz nutzte diese Patzer nicht aus und damit ging es dann für die Duisburger zur Saison 1996-97 zurück in die erste Liga. Das ist quasi der Start der Funkel-Jahre. Trainer Friedhelm Funkel, der spätere DFB-Pokalsieger 2024, übernimmt den MSV damals von Hannes Bongartz. Der hatte den MSV zwar auf einen Aufstiegsplatz geführt, dann aber im Verlauf der Saison sechs Spiele in Folge nicht gewonnen. Unter Funkel bekam der MSV dann doch noch die Kurve und stieg als Dritter doch noch in die Bundesliga auf. Wir sind aufgestiegen, weil die anderen im Endeffekt zu doof waren. Zum Aufstieg gibt es dann ein ganz besonderes Geschenk für die Zebras, den togolesischen Stürmer Bashirou Salou. Eine wirkliche Urgewalt. 1,90 Meter groß, richtig bullig und unfassbar schnell, fand auch sein Teamkollege und Bratwurst-Fan Joachim Hopp. 85 Kilo, reine Muskeln, die aufheilen. Wenn die einmal bewegen, dann ist es wie ein Kampfhund. Wir kriegen nicht mehr Wege, also da hast du keine Chance. Bashirou ging ab, die schweizkatze. Und der Dortmunder Spieler Paul Lambert musste das in der Saison 96, 97 auch direkt mal schmerzhaft erfahren. Salou, Salou, was ist der schnell? Mit Ball überläuft der Paul Lambert. Salou, Siebmarin. 2 zu 0,47 Minute, klassisch aufgekommen. Damals hatte irgendwie jede Mannschaft einen ganz besonderen Spieler, der sowas wie eine Superkraft hatte. Darius Vosch war beim VfL Bochum der schnelle Dribbler. Ulf Kürsten war bei Bayer Leverkusen der Torjäger. Harald Czerny hat bei 1860 München richtig geile Flanken geschlagen. Lothar Matthäus vom FC Bayern München war ein krasser Allrounder und Bashirou Salou war einfach unaufhaltsam. Schnell, bullig, torgefährlich. Er kam von Borussia Mönchengladbach nach Duisburg und hatte überhaupt keine Anlaufschwierigkeiten. Er passt genau im richtigen Moment auf Salou und das 2 zu 0 für den MSV Duisburg. Nach einem Spiel gegen den VfL Bochum sagte Bochums damaliger Trainer Klaus Topmöller über die 0 zu 2 Niederlage seines Teams. Entscheidend für mich war, dass Duisburg heute einen Stürmer namens Salou in seinen Reihen hatte, der wirklich gezeigt hat, was ein Stürmer der Bundesliga leisten muss. Zum MSV Duisburg gehörten damals aber natürlich auch andere Spieler wie Thomas Gill, Joachim Hopp, Thorsten Wohlert, Dietmar Hirsch, Thomas Heito, Michael Zeyer, Markus Marien, Alfred Nihus, Stefan Emmerling, Joachim Hopp und so weiter und so fort. Aber im Kopf ist beim Großteil wohl einfach Bashirou Salou geblieben. Mit dieser Mannschaft gelingt Friedhelm Funkel dann in der ersten Saison Platz 9 und in der zweiten steht der MSV sogar zeitweise mal auf Rang 3. Am Ende läuft der MSV aber immerhin auf Platz 8 ein und vermiest am vorletzten Spieltag der Saison dem FC Bayern sogar die Meisterschaft beziehungsweise macht den ersten FC Kaiserslautern frühzeitig durch das 0 zu 0 zum vorzeitigen Meister. So lief das damals in der Premierekonferenz. Platz 8 für Duisburg, schon wirklich ein richtig tolles Ergebnis, aber noch besser lief es dann im DFB-Pokal in dieser Saison. Über Rot-Weiß-Essen, den VfL Bochum, Eintracht Frankfurt und Carl Zeiss Jena ging es für den MSV bis ins Halbfinale. Da wartete dann Eintracht Trier, die sowohl den aktuellen UEFA-Cup-Sieger Schalke 04 und den Champions-League-Sieger Borussia Dortmund aus dem Wettbewerb gekegelt hatten. Nach 120 Minuten stand es 1 zu 1 und im Elfmeterschießen erzielte der Duisburger Torwart Thomas Gill dann das 11 zu 10 für die Duisburger. Der letzte Schütze war der Trierer Torwart Daniel Ishtunat. Er schießt daneben und das Spiel ist aus. Meine Güte, meine Güte. Gratulation an den MSV. Der Gegner war der FC Bayern München. Der hatte nicht nur die Meisterschaft verspielt, sondern war auch in der Champions-League an Borussia Dortmund gescheitert. Schaprissat Tor! Und jetzt ist es offiziell. Borussia Dortmund im Halbfinale der Champions League. Das war die Saison, in der deren Trainer Giovanni Trapattoni auch zu seiner legendären Rede ansetzte. Die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Und für die Bayern sollte es zumindest noch dieser eine Titel, der DFB-Pokal werden. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Kollege Oliver Schmidt und ich, wir grüßen Sie aus dem Berliner Olympiastadion. Hier also ist das deutsche Wembley. Johannes B. Kerner kommentiert damals das Spiel im ZDF. Aber hier in Berlin, zum 14. Mal in Folge, das Pokalinspiel ist mittlerweile viel, viel mehr als eine Wembley-Kopie. Der FC Bayern München spielte damals mit Oliver Kahn im Tor, Lothar Matthäus als Libero, davor Markus Babbel und Thomas Helmer. Davor Michael Tarnath und Didi Hamann, Vichente Liserazou, Christian Nährlinger und Mario Basler. Und im Sturm waren Mehmet Scholl und Giovane Elber. Beim MSV Duisburg stand Thomas Gill im Tor, davor Thomas Warner, Thorsten Wohlat und Slobodan Komljenowitsch. Davor dann Thomas Scheitow und Stick Töfting, Dietmar Hirsch, Carsten Wolters und Michael Zeier. Und im Sturm dann Uwe Spieß und natürlich Bashirou Salou. In der ersten Halbzeit ist der MSV Duisburg dann die bessere Mannschaft. Und deswegen geht der MSV auch mit 1 zu 0 in Führung. Und zwar in der 20. Minute durch dieses unglaubliche Tor von Bashirou Salou, das Johannes B. Kerners Stimme sogar brechen lässt. Schauen Sie, wie schnell der Salou ist! Salou und Tor! Das gibt's nicht! Im Antritt auf 10 Meter! Also, wir gucken mal auf die Zeitlupe. Da wird das noch schnell genug wirken. Auf 10 Meter hat er dem Lothar Matthäus bestimmt 3 abgenommen. Lothar Matthäus sollte dieses Tor nach dem Spiel etwas relativieren. Ja, ist richtig. Der Ball ist irgendwie wie beim Billard so in den freien Raum gekommen. Und er war im Lauf. Ich musste aus dem Start herausgehen. Und diesen entscheidenden Vorsprung hat er eiskalt ausgenutzt. Aber Matthäus hat schon einen guten Vorsprung. Nur ist Salou halt einfach viel zu schnell für ihn. 1 zu 0 für den MSV Duisburg. Bashirou! Salou! Der MSV ist in der ersten Hälfte so überlegen, dass Bayern-Trainer Giovanni Trapattoni bereits früh reagiert. Da sehen Sie Thorsten Fink. Hinter Oliver Kahns Tor macht er sich warm. Derweil die Information, dass auch Carsten Janker das Aufwärmteam der Bayern verstärkt. Die größte Chance hat der FC Bayern dann Mitte der ersten Halbzeit durch einen Freistoß von Mehmet Scholl. Scholl! Und Gill! Ein Riese dieser Thomas Gill! Doch zur Halbzeit liegt der MSV damals mit 1 zu 0 in Führung. So, das war's. Erste Hälfte passé. Duisburg führt 1 zu 0 im 55. Finale um den DFW-Vereinspokal der Herren. Eine verdiente Führung findet der damalige ZDF-Experte Karl-Heinz Feldkamp in der Halbzeit. Ja, natürlich angemessen. Da gibt es gar nichts abzudrehen. Das sind drei bis vier Torchancen. Und ich finde, es hat ja schon zwei Auswechslungen gegeben. Das zeigt eigentlich, dass die Bayern hilflos waren und den Druck von Duisburg nicht ausgehalten haben. Nach der Pause zeigt sich der FC Bayern dann aber wie verwandelt und hat in den ersten Minuten direkt mehrere gute Aktionen und Chancen. Die beste hat wohl Christian Nährlinger. Oh Gott! Wobei, was hat der eigentlich damit zu tun? Das war ja Nährlinger. Sein Kopfball landet aber aus kurzer Entfernung an der Latte. Auch Giovane Elber hat wenig später keinen Erfolg und trifft nur das Außennetz. Elber! Der MSV Duisburg zieht sich dann weit zurück und verteidigt mit allen elf Spielern in der eigenen Hälfte. Große Entlastungen gibt es schon Mitte der zweiten Halbzeit kaum noch. Aber in der 66. Minute hat Bashi Rusalu auf Höhe der Mittlinie etwas Platz und möchte dann sein Turbo anschmeißen. Doch dann... Wohlert vor Scholl. Und das war Tarnerts Foul gegen Salou. Das mit Gelb geahndet wird. Friedhelm Funkel springt an der Seitenlinie wild umher. Für ihn ist die gelbe Karte viel zu wenig, was auch Johannes Bekerner so einordnet. Und für das man mehr zeigen kann als Gelb. An der Mittellinie mit gestrecktem Bein auf die Knochen, da ist er mit Gelb gut bedient. Das hätte mehr sein können, meint auch Friedhelm Funkel. Nach dieser Aktion ist Bashi Rusalu völlig aus dem Spiel genommen. Auf den weißen Stutzen ist sein rotes Blut zu sehen. So doll hatte Tarnert ihn getroffen. Mein Eindruck von hier oben mag mich täuschen, aber Bashi Rusalu macht keinen schnellen Schritt mehr. Fasst sich ans Knie. Und ich glaube, dass er uns nicht mehr lange halten bleibt in dieser Finalpartie. Und Funkel ist stinkig. Richtig stinkig, weil er den Eindruck hat, dass sein Konterspieler umgetreten wird. Aber Salou fehlt ab sofort nicht nur mit seiner Offensivpower, sondern auch defensiv. Denn er war als Gegenspieler von Markus Babbel eingeplant. Und dann kommt es in der 70. Minute irgendwie genauso, wie es eben kommen musste. Salou möchte raus, hat Eis im Stutzen. Und die Bayern haben ihre Chancen. Da ist das Tor! Markus Babbel! Wenig später muss Friedhelm Funkel dann seinen eigenen Stürmer auswechseln. Der Torschütze verlässt den Platz. Bashiru Salou verletzt nach Tarnerts Foul. Eine traurige Geschichte. Ein Beigeschmack. Und kein angenehmer. Die Konterschancen des MSV sind dadurch natürlich nun deutlich ungefährlicher. Der MSV Duisburg wehrt sich in der letzten Viertelstunde. Doch in der 89. Minute gibt es nochmal einen Freistoß für die Bayern. Halblinke Position rund 16 Meter von der Grundlinie entfernt. Basler. Tor! Baslers Tor! Ausgerechnet! Mario Basler! Seine Flanke segelt dann an allen Spielern vorbei und schlägt im langen Eck ein. Eine Anhäufung von Missverständnissen in der Abwehr des MSV Duisburg. Wenig später ist das Spiel dann vorbei und der FC Bayern gewinnt durch ein 2 zu 1 gegen den MSV Duisburg den DFB-Pokal 1998. Spiel ist aus! Der FC Bayern München hat seinen Titel. Und Giovanni Trapattoni auch. Ciao Trap! Grazie! Und da gibt es Diskussionen. Ist nicht zufrieden, der Friedhelm Funkel. Und beschwert sich natürlich über die Foulsituation. Schon am ersten Bundesligaspieltag hat er sich mal bitter über Strampe beschwert. Du hast doch ein Trikot vom FC an nach der Niederlage in Köln. Aber es sind Sportsleute. Und bei mir steht Friedhelm Funkel, der Trainer, der enttäuscht ist, der sich aber auch einmal sehr, sehr aufgeregt hat. Für Sie eine spielentscheidende Szene, das Foul gegen Salou. Das war mit Sicherheit spielentscheidend. Ich musste den Basche danach ausnehmen. Er hatte eine 3 bis 4 Zentimeter und sehr, sehr tiefe Fleischwunde. Er konnte nicht mehr weiterspielen. Und von daher war diese Szene schon spielentscheidend. Und ich glaube, ich habe mich da zu Recht aufgeregt. Bevor die Verletzung kam, konnte Bayern München mit Sicherheit auch schon in Führung gehen. Duisburg hat zu wenig getan im Mittelfeld. Die Klage von Friedhelm Funkel zu Recht? Ja, der beklagt ja auch die Schiedsrichterentscheidung. Und da muss ich sagen, das ist ein solches unfaires Spiel. Da kann man einen Platz vor Weiß aussprechen. Die Schiedsrichter machen manchmal viel mehr, sagen wir mal, Theater, wenn leichtere Fouls passieren. Das war eins. Und der stand daneben. Für Bashirou Salou ist das DFB-Pokalfinale am 16. Mai 1998 das letzte Spiel für den MSV Duisburg. Er verlässt die Zebras. Eigentlich in Richtung Finna Bacce Istanbul. Doch weil ihm dort der mediale Trubel zu groß wird, bleibt er in der Bundesliga und wechselt für etwas mehr als 8 Millionen Mark zu Borussia Dortmund. Doch schon da ist er nicht mehr der MSV Salou. Nach nur einem Jahr wechselt er deswegen für rund 7 Millionen Mark zu Eintracht Frankfurt. Später dann noch zu Hansa Rostock. Spielt nochmal für Alemannia Aachen, in Belgien für den KAS Eupen und für den SC Kapellen-Erft in der Landesliga. An die Hochzeiten aus seiner Duisburger Zeit kommt er allerdings nie wieder ran. Salou ist aber überall, wo er spielt, einer der bestverdienendsten Fußballer der Mannschaft. In einem Weltinterview sagte er mal, man sagt, dass Geld Fußballspieler verrückt macht. Und das stimmt auch. Er hätte dabei aber immer nur an seine Familie gedacht. Der Briefkopf von Salou ist dabei wirklich überschaubar geblieben. 1995 gewann er mit Borussia Mönchengladbach den DFB-Pokal. Als Ergänzungsspieler. Das war's. Mit ihm wären die Chancen des MSV Duisburg auf den DFB-Pokal 1998 deutlich größer geworden, was für den Verein der bis heute größte Erfolg der Vereinsgeschichte gewesen wäre. In einem Spocks-Interview hat Bashirou Salou im Jahr 2011 auf das DFB-Pokalfinale gegen den FC Bayern zurückgeblickt. Auf die Frage, wie häufig er noch an das Finale denken würde, sagte er, Dann kam das Foul von Michael Tarnath. Wenn dieses blöde Foul nicht passiert wäre, hätten wir gewonnen. Unser Konzept basierte auf zwei Säulen. Hinten dicht machen und vorne den Baschi ins 1 gegen 1 bringen. Trainer Funkel, die Mitspieler, ich, wir wussten alle, dass die Bayern mich nicht stoppen konnten. Der Plan hatte auch wunderbar funktioniert. Bis eben Salou von Tarnath umgenietet wurde. Bayern-Spieler Mehmet Scholl deutete damals auch an, dass Tarnath eigens den Auftrag bekommen habe, Salou aus dem Spiel zu nehmen. Salou sagte daraufhin, Das ist ihm auch gut gelungen. Ich erlitt eine 4 cm lange Risswunde, die unfassbar wehtat. Ich konnte nicht mehr. Aber ich glaube dennoch nicht, dass mich Tarnath mit Vorsatz verletzt hat. Er wollte definitiv Härte zeigen und war in dieser Situation zu spät dran. So etwas passiert im Duell zwischen Männern. Daher bin ich auch nicht sauer auf ihn. Michael Tarnath gab ebenfalls viele Jahre später ein Interview. In der Neuen Ruhr-Zeitung ging es 2023, also 25 Jahre nach diesem Finale, nochmal um das Endspiel. Tarnath sagte auf das Foul angesprochen, Tarnath und Salou hatten sich 2017 bei der Beerdigung des ehemaligen MSV-Torjägers Michael Tönnies getroffen und legten zusammen ein Rosenblatt ins Grab. Das Foul scheint zwischen den beiden also abgehakt zu sein. Beim Großteil der Duisburger Fans ist Tarnath, der seine Profikarriere 1990 beim MSV begann, aber nach diesem Foul unten durch. Unter YouTube-Videos des Finals finden sich viele Kommentare, die zumindest darauf schließen lassen. Aber einer dieser Kommentare beschreibt auch gut, wie viel dem MSV Duisburg dieser Pokalsieg bedeutet hätte. Der User Schmidhorst69 schrieb, Auch 21 Jahre später tut es als eingefleischter MSV-Fan immer noch verdammt weh. Beim Frankfurter Pokalsieg 2018 über die Bayern musste ich nach langer, langer Zeit wieder an die traumatischen Erlebnisse von 1998 denken. Ich bin mir so sicher, dass wir das Ding ohne Tarnaths Foul bzw. mit gegebener roter Karte gewonnen und bei den anschließenden Feiern halb Berlin abgerissen hätten. Für die Bayern war es damals ein nettes Giveaway, dieser Pokal. Mehr nicht. Eine Art lästige Pflichterfüllung. Für Fußball Duisburg hätte er aber alles bedeutet. Aber ein Bayern-Fan wird das wahrscheinlich niemals verstehen. So, das war die Episode zum DFB-Pokalfinale 1998 zwischen dem MSV Duisburg und dem FC Bayern München. Ich erinnere mich an das Finale noch genau, wie ich das Spiel damals mit meinem Kumpel Jannik und seinem Bruder Patrice geschaut habe. Viele Grüße übrigens, falls ihr zuhört. Und wir bei Baslers Tor echt enttäuscht waren, weil wir so gerne eine Verlängerung gehabt hätten, weil dieses Spiel einfach richtig gut war. Und es war einfach richtig spannend. Also es war wirklich ein super gutes Pokalfinale. So habe ich es zumindest abgespeichert. Aber ich schätze, dass wir danach einfach World Cup 98 auf dem N64 gespielt haben. Aber natürlich die interessante Frage. Jetzt hätte der MSV das Finale mit Salou über 90 Minuten gewonnen. Kann man natürlich nicht beantworten. Aber einerseits waren die Bayern in der zweiten Hälfte drückend überlegen. Andererseits war Salou damals wirklich in der Form seines Lebens und hatte auch in der Defensive wirklich stark mitgearbeitet. Was glaubt ihr denn? Schreibt es doch einfach mal in die Kommis. Ansonsten ist dieses Spiel aber auch mal wieder ein gutes Beispiel dafür, was der DFB-Pokal eigentlich bedeutet. Das hatten wir jetzt ja in den vergangenen Jahren durch Eintracht Frankfurt 2018 gesehen. Und bekommen in dieser Saison ja auch wieder einen Sieger, der entweder Lautern oder Leverkusen heißt. Für solche Vereine, die jetzt nicht Titel ohne Ende gewinnen, bedeutet der Pokalsieg natürlich echt viel. Und irgendwie wird der Stellenwert dann meiner Meinung nach durch die vielen Bayern-Siege echt gemindert. Also eigentlich will ich damit nur sagen, es ist ein richtig geiler Wettbewerb. Und ich finde es toll, wie es in dieser Saison läuft. Und hätte auch Duisburg irgendwie den Sieg 1998 sehr, sehr gegönnt. Und so Leute, jetzt aber zum Ende. Das war's für dieses Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.